Ich stelle euch heute den Telekom, Festnetz und DSL-Tarif Magenta zu Hause S vor für nur 34,95 Euro je Monat. In den ersten zwölf Monaten zahlst du sogar nur 29,95. Du sparst damit 60 Euro. Der Festnetzanschluss beinhaltet eine Telefonnummer samt Telefonflatrate ins deutsche Festnetz. Solltest du bereits über einen Festnetzanschluss verfügen? So übernehmen wir gerne für dich die Kündigung, inklusive kostenloser Rufnummerübernahme. Der DSL-Anschluss hat eine bis zu 16.000er Leitung und eine Internetflatrate. Ruf uns an und wir verraten dir, wie du den WLAN-Router jetzt für 24 Monate gratis sicherst. Übrigens, unsere Bestellhotline ist für dich kostenlos. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.